Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von zu Gast bei. Wir sind bei den Leutersdorfer Baumschulen jedes Jahr im Frühjahr, diesmal etwas später. Bei mir ist Jens Freiberg. Grüße Sie, hallo. Schönen guten Tag, Herr Zurner. Herr Freiberg, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie sind denn Sie, wie sind denn die Leutersdorfer Baumschulen durch die vergangenen Wochen und Monate gekommen? Also wir sind sehr gut durch die vergangene Zeit gekommen und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal herzlich bei meinen Mitarbeitern bedanken, dass sie dort komplett durchgezogen haben mit uns für das Unternehmen. Und ein großer Dank gilt auch den Kunden, die sich ordentlich verhalten haben bei uns, ihre Maske tragen und somit sich und unsere Mitarbeiter schützen. Ein herzliches Dankeschön. Nun sage ich mal, in diesen Zeiten haben Sie natürlich auch ganz konkrete Aktionen. Momentan Rotodendron-Wochen. Blütenpracht der Extraklasse, wird so hübsch gesagt. Sagen Sie uns doch einfach mal etwas zur sogenannten Alpenrose. Genau. Also Rotodendron ist ja der botanische Begriff für eine ganze Gattung von Pflanzen. Und umgangssprachlich wird die auch zum Teil als Alpenrose bezeichnet. Und da gibt es ganz verschiedene Arten davon. Die ganz klassischen sind die großen Rotodendron, die im Mai, Juni blühen und ein wahres Feuerwerk an Blüten produzieren. Die sind dann noch immer grün. Haben auch den Vorteil, dass ich im Winter grün im Garten habe. Also die behalten die Blätter. Ich habe dann die Gruppe der sogenannten Yakushis. Das sind niedrigbleibende, immer grüne Rotodendron. Und die bleiben natürlich beherrschbar für den kleinen Hausgarten und sind genauso farbenfroh. Und für bestimmte Farbakzente haben wir dann noch diese japanischen Azaleen, Rotodendron Optusum, die in wunderbares Lila, Rot, wir haben dann noch Rosa und Weiß produzieren können. Und was wir alle bei Rotodendron eigentlich vielfach vergessen, ist die Gruppe der Garten Azaleen, Rotodendron Luteum. Das sind dann diese Pflanzen. Es ist nur eine kleine, damit ich sie in die Hand nehmen kann. Die werden auch mal zwei Meter hoch. Mit Farben, die ich bei dem normalen immer grünen Rotodendron fast nicht finde. Also ein ganz kräftiges Gelb, ein klassisches Orange, feuriges Rot. Also diese Farbpunkte kann ich eben wunderbar mit Rotodendron Luteum schaffen. Und ich habe den Vorteil, den kann ich in den vollen Sonnenbereich pflanzen, weil sie im Winter das Laub verlieren. Und somit habe ich über das ganze Jahr immer eine wunderbare Farbgestaltung. Zumal in Rotodendron Luteum, also die Gartenazalee, im Herbst in eine wunderbare Herbstfärbung bringt. Also eigentlich zweimal blüht, wenn man es so nennen will. Was muss ich denn beachten bei der Pflege, beim passenden Platz bei Rotodendron im Garten? Also wir sind nicht das klassische Rotodendron Land, was man aus dem Ammerland oder aus dem Norden Deutschlands kennt. Uns fehlt die Winterfeuchtigkeit. Das heißt, die Luft bei uns ist im Winter zu trocken, weil wir die Luft aus Sibirien bekommen. Deswegen auch das Sächsische Sibirien in Leutersdorf. Rotodendron sind meist immer grün, verdunsten im Winter und brauchen eigentlich Feuchtigkeit. Und deswegen sollte man sie an einen absonnigen Standort setzen, einen leichten Schatten. Sie brauchen allerdings auch gewisse Sonnenintensität, damit sie blühen. Wachsen tun sie überall, auch im Vollschatten. Aber dann blühen sie nicht zu sehr. Das ist einmal die räumliche Gestaltung. Ich brauche einen sauren Boden und dafür eignet sich die Bodenverbesserung mit Torf, mit spezieller Rotodendron Erde, die wir zur Verfügung stellen. Und was Pflanzen allgemein brauchen und Rotodendron insbesondere ist Feuchtigkeit, aber keine staunende Nässe. So und wenn man diese Sachen alle beachtet, dann habe ich ein wunderbares Erlebnis und auch Freude dauerhaft an den Rotodendron. Bis zum 20. Mai läuft ihre Rotodendron Woche. Gibt es dann ein spezielles Angebot? Wir haben in dieser Zeit speziell ein ganz großes Angebot an Rotodendron von den kleinen Gartenazaleen über die japanischen Azaleen, den Gartenazaleen in eine Blütenfülle, die nur in dieser Zeit da sein kann. Und wir haben auch große Pflanzen, die wir dem Kunden, wenn er denn den Platz zu Hause gefunden hat, auch anliefern und bei entsprechender Absprache auch einpflanzen können. Herr Freiberg, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die Informationen bis zum 20. Mai, also hier die Rotodendron-Wochen. Denken Sie bitte dran, Abstand halten, Mund- und Nasenschutz tragen, dann stehen Ihnen die Leutersdorfer Baumschulen offen. Die Leutersdorfer Baumschulen Die Leutersdorfer Baumschulen